Wir spielen mit diesen sieben Influencern eine Runde Verstecken um 10.000 Euro. Und jetzt geht's los. 10, 9. Ich könnte dich blocken, wenn ich Bock hab, doch das will ich gerade nicht. Ich texte back in ner Sekunde, doch empfinde dabei nichts. Hier waren wir vorhin, reicht ja hier drin in der Mac. Auch nix. Lass mich kurz mal drüber nachdenken, wie scheiße ich dich find. Wenn mir eine Sache einfällt, ey, dann reicht mir das bestimmt. Lass mich nur überlegen, versuch zu verstehen. Sinn macht das alles nicht. Das fühlt sich nicht an, wie ein Wursch. Mir ist so egal, wo du bleibst. Ich hab sowieso echt gar keine Zeit. Ich hab hier so nen Part, den ich schreib. Gefällt mir gerade aus, an deinem Namen nicht sein. Du ahnst, was ich mein. Ein lästiger Mensch, 5 Minuten vorbei. Und ich check die DMs, du ahnst, was ich mein. Ich mach, was ich will, aber was ist mit dir? Bist du wach, willst du chillen? Ich hab grad jemand gehört, aber das klang eher nach nem Vogel. Oder vielleicht eine Mango. Da kann doch keiner sein. Aber wirklich keiner. Lass mich kurz mal drüber nachdenken, wie scheiße ich dich find. Wenn mir eine Sache einfällt, ey, dann reicht mir das bestimmt. Lass mich nur überlegen, versuch zu verstehen. Sinn macht das alles nicht. Ist aber auch ein gutes Versteck. Da ist Mango, das gibt's doch nicht. Das kann ja wohl nicht immer sein, weil Mango, du hast es geschafft. 10K auf meinen Namen. Für dich. Let's go. Kurz mal drüber nachdenken, wie scheiße ich dich find. Wenn mir eine Sache einfällt, ey, dann reicht mir das bestimmt. Lass mich nur überlegen, versuch zu verstehen. Sinn macht das alles nicht. Lass mich nur überlegen, versuch zu verstehen. Sinn macht das alles nicht. Der Wahnsinn, Mango hat das Ding nach Hause geholt. Das ist unfassbar. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge mit ein paar Influencern und vielleicht sogar Mango. Und dann geht es wieder um 10.000 Euro. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao. Stimmt, da ist ne Mini-Likes, da ist das drin, ne? Das ist ein paar Influencern.